Ja, Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die und wir müssen uns vorbereiten auf die absolute Apokalypse und zwar die vierte Welle mittlerweile schon und ich müsste jetzt mal kurz was trinken und essen, weil ich oder ich schmeiß einfach mein Getränk runter, so wie man es eben machen sollte, damit es funktioniert. Ja, kennen wir ja schon bei mir nur. Okay, wir sind bei 81%. Dann noch einmal. Wie gesagt, die Dosen braucht man ja nicht unbedingt, wenn man Gläser hat, deswegen zerlegen wir die auch. Dann haben wir nämlich nicht so viel Gerümpel hier. Und mehr Platz. Jetzt weiß ich nur nicht, das könnten wir essen. Ich sollte mir mal wieder Essen machen. Wie ich sehe, habe ich nichts mehr. Was nicht so toll ist. Ich dachte, ich habe noch was. Ha, Risiko. Jetzt sind wir ein bisschen vergiftet, aber das macht ja nichts. Das Essen können wir uns auch später machen. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir uns vorbereiten. Ich werde demnächst auch mal gucken, dass ich irgendwie erkläre, wie Asphalt geht. Ich weiß gar nicht. Ich habe selber noch gar nicht richtig nachgeguckt. Suchen wir es mal, ob es überhaupt geht. Vielleicht habe ich auch Cassie erzählt und es geht gar nicht. Oh, ich sehe hier gar nichts. Aber das, ähm, sagt nichts aus, weil ich habe in der... Sorry, ich habe gerade irgendwas gehört und habe es nicht verstanden. Ähm, ich habe auf der Hauptseite von Seven Days to Die nachgeguckt und da stand eben, dass Asphalt ein Rohstoff ist. Aber vielleicht gibt es den tatsächlich nur... Auf der PC-Version. Das wäre aber schlecht, schlecht, schlecht. Ich habe irgendwo einen Zementmischer gesehen. Vielleicht braucht man auch Betonmischung. Ja, Beton kann man auf jeden Fall... Da, Zement brauche ich. Ah, Betonmischung. Okay, eine Betonmischung geht auf jeden Fall. Also, Beton können wir herstellen, aber... Asphalt scheint leider nicht so zu sein. Ich muss da noch mal nachgucken. Oh. Es ist schon abends. Ich sollte mich mal beeilen irgendwie. Sonst habe ich ein Problem, weil unten die Tür noch ziemlich am Asch ist. Wir alle um. Verdammt, ich habe keinen Stahl, oder was? Das ist doch Stahl, oder? Geschmiedetes Eisen habe ich nämlich jetzt. Verdammt. Das sieht sich auch immer so ähnlich. Das ist auch so mies irgendwie. Stahlgerüst. Schmiedeisen. Das ist immer das Beste, was einem passieren kann. Ziegel haben wir auch hier. Ich dachte mir nur, vielleicht sehe ich hier irgendwo... Geschmiedeter Stahl. Das ist es aber nicht. Sehr komisch. Achso, das kann ich noch nicht machen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil... Geschmiedetes Eisen habe ich ja hergestellt. Jetzt mache ich mal 10. Ach man, ich habe auch bloß 29 Pfeil. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Was für ein Käse. Aha, man braucht 10. So, die Tür ist doch jetzt mal ordentlich gesichert, würde ich sagen. So, dann werden wir jetzt mal gleich mehr Zeug herstellen, damit ich nicht in Bredouille gerate. Das ärgert mich jetzt, weil das Asphalt stand wirklich da. Aber ich habe mich schon gewundert, weil wenn man nämlich die Straße kaputt macht, dann kriegt man auch bloß Stein, glaube ich. Aber ich dachte mir, vielleicht liegt es einfach daran, weil ich das nur mit meiner Steinachst gemacht habe. Und da kriegt man ja öfter mal die hochwertigeren Rohstoffe nicht. Vielleicht sollte ich mein Motorrad mal reinfahren. Nicht, dass die hier reinkommen und mir mein ganzes Motorrad auseinandernehmen. Ich finde es auch schade, dass ich das Motorrad nicht hochheben kann. Ich sollte mir mal wirklich... Es ist nicht so einfach. Eine Garage oder irgendwas bauen. Aber wohin, das ist das Problem. Das ist auf jeden Fall eine bessere Idee, als wenn ich es immer ins Haus stelle. Weil zu meinem Haus kommen sie ja. Die Garage lassen sie vielleicht in Ruhe. Die Tür muss ich auch noch verstärken. Ah, es ist ärgerlich. Die Zeit ist aber auch so schnell vergangen. Das ist total ärgerlich, weil ich... ...mich richtig krass vorbereiten wollte. Aber das ging nicht. Aber das brauche ich auch nicht. Wenn nicht, dann sterbe ich halt. Weil es halt dann so... Eisen geht uns auch aus. Schlechter kann es nicht laufen. Da haben wir alles schon ziemlich zusammensortiert. Aber eine Pistole habe ich sogar. Ein Millimeter. Dann habe ich alles mit. Okay, wir gehen jetzt mal nach oben. Ja, heute kommt schon mehr. Hoffentlich kommt hier kein Springer hoch, weil sonst... ...habe ich ein Problem. Pfeile sollte ich auch mal nachladen, ne? Ohne Pfeile geht da gar nichts. Wenn jetzt einer sagt, hey, das ist ja voll feige, von oben zu schießen. In der Apokalypse interessiert keinen mehr, was feige ist und was nicht. Da geht es nur darum, zu überleben. Und wir wollen ja überleben. Ich bin ja schließlich noch fast... ...keinmal gestorben, glaube ich. Ich sollte mal wieder mehr Fallen platzieren, wie ich sehe. Ich könnte natürlich auch unten stehen, aber wieso sollte ich unten stehen, wenn ich es von hier oben auch schaffe? Nein! 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 Nein, 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 nein. Huh! Huh! Das wäre ein Selbstmord gewesen. So sehe ich wenigstens etwas. Das ist doch cool. Jetzt darf ich mich kein Stück mehr bewegen. Sonst habe ich ein sehr großes Problem. Und dann heißt es... Love Forest Lauf! Was mir nichts bringen wird. Da sieht man mal, was von meinem wundervollen Ding übrig geblieben ist. Der lebt noch, der Penner. Immer schön in die Füße schießen. Mein Gott, ich erwische ihn nicht. Wieso muss auch der so rumzappeln, verdammt? Jetzt habe ich auch keine Pfeile mehr. Doch, einen habe ich noch. Okay, das ist gut. Mein Gott, wie lange lebt denn der Penner noch? Ich sehe aber immer noch keinen großen. Alter, wie lange lebt denn der Penner? Das war ein Kopfschuss, verdammt. Stirb endlich. Ich glaube, der ist tot. Ich zappel ihn öfter mal so rum. Ah, das ist immer ganz toll, wenn man dann auf einmal so... Ja, genau. Das wollte ich leben. Das ist genau das, was ich wollte. Alter. Was ist denn so ein fucking Ernst, Mann? Ich wollte hier hoch, verdammt. Da komme ich natürlich nicht hoch. Leck mich doch um... zu können. Verdammt. Hier ist die fette Apokalypse und ich hänge hier an meinem Balkon rum. Was geht denn ab mit mir? Verflucht. Na gut. In meiner Hütte wird alles abgerissen und ich stehe hier oben und denke so... Lalalalala. Wie komme ich hier runter? Ohne zu sterben. Ich denke mir nur die ganze Zeit, hoffentlich hält meine Tür das aus. Stirb doch einfach, du Luder. Jetzt ist die Tür offen. Ja, die Frage ist nur, wie komme ich jetzt rein? Das ist scheiß Eisen. Wieso habe ich eigentlich so eine Holzrahmenrampe noch hier? Das ist scheiße. Ich wette, mit euch so eine Apokalypse habt ihr noch nie gesehen. Jetzt hänge ich mir natürlich auch fest. Das ist immer das, wenn man alles sichert, dann steht man da, wenn man irgendwann draußen ist. Aber jetzt können wir wegschauen. Ich will wenigstens den hier auch mal abballern. Obwohl, der ist so gestorben. Seht euch mal an, was da kaputt gegangen ist. Scheiße, jetzt komme ich da auch nicht hoch. Aber ich glaube, es war es. Ich glaube, ich habe die Apokalypse überlebt. Alter, ich dachte jetzt schon, die Fackel ist eine Zombie-Kreatur. Verdammt. Ich muss sagen, irgendwie war das sehr... Uah! Alter! Alter! Lauf! Das ist schlecht gewesen. Okay, schießen ist nicht so meine Stärke, merke ich gerade. Oh oh, das hört sich sehr, sehr übel an. Ich habe gemerkt, da sind einige Zombies am Start. Uah! Lauf! Ich hasse sowas! Ich hasse sowas! Du blöder Kriechspast! Gib's auf den Kopf! Aber wir haben es gemeistert. Da kommt der nächste. Die kriegen wir jetzt so hin. Die können wir auch schön ausrauben. Ach komm! Das kann doch nicht sein fucking ernst sein. Dass die Pistole so schwach ist. Stirb jetzt, du Bluder! Lauter Fettis! Wie lange leben denn die? Geht's nur durch die Fallen durch. So, jetzt langt's mir aber. Jetzt gibt's... So, Kopf ist ab. Damit steht er nicht mehr auf. Sind jetzt alle tot. So lob ich mir das. So lob ich mir das. Auch wenn's ein bisschen schief gegangen ist. Aber das kennen wir ja. Wir haben also die vierte Welle überstanden, mehr oder weniger. Unsere Tür ist am Arsch. Unsere Zombies waren auf der Treppe. Und ich bin wundervoll auf meinem Balkon gesessen. Juhu! So wünscht man sich die Apokalypse. Aber wenigstens haben sie mein Motorrad in Ruhe gelassen. Und hier ist alles noch voll in Ordnung. Das wundert mich. Hätte ich nicht gedacht. Was will denn die... Wo ist sie denn? Meine schöne Tür. Meine schöne Tür. Ich muss jetzt wieder alles reparieren. Das ist so ärgerlich. Was ich wirklich sehr schade finde, ist, dass die Zombies so schnell zu so komischen Wesen werden. Dass man sie nicht mehr ausrauben kann. Das finde ich richtig mies. Weil du dann gezwungen bist, während der Apokalypse runterzugehen. Und das ist scheiße. Das macht doch kein Mensch. Da scheißt doch jeder dann lieber auf das Zeug, oder? Außer wenn man jetzt eine fette Rüstung hat und alles. Dann verstehe ich's aber. Naja. Jetzt werde ich gleich mal... wieder schön meine ganzen Dinger bauen. Meine Fallen. Ich find's wirklich... Ich hab 22 von 61 Rezepten freigeschalten. Fällt mir grade auf. Hab ich noch nie gesehen. Jetzt weiß ich's. Ich find's echt schade... dass ich... das mit dem Asphalt nicht hinkrieg. Dass da wirklich kein Asphalt gibt. Aber ich werd mich auf jeden Fall da nochmal umgucken. Und werd mal schauen, ob ich doch noch was finde. Aber wenn ich jetzt hier rein hau, dann krieg ich Stein. Aber das ist... Gehen wir mal hier hin. Oh. Das hört sich anders an. Vielleicht mit so einer Spitz... Hacke oder so. Das sollte ich mal ausprobieren. Oha. Wo hab ich denn das hier? Ich hab keine Ahnung, woher ich die Maschinenpistole hab. Aber hey. Vielleicht hatte ich die auch vorher schon. Ich hab schon länger nicht mehr gespielt. Deswegen weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Ich hab kein Holz mehr. Beste Alternative. So, dann werd ich jetzt mal wieder alles soweit herrichten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Meine Fails waren ja absolut unglaublich, wie jedes Mal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut und tschüssi!